Na, Hammer. Wir benutzen einfach mal eine Leiche, um die Falle auszulösen. Genau, rutsch mal da rein. Am besten ohne uns. Hm, nam, 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 nam. So. Was bist du? Egal was du bist, ich will da nicht hin. Na du? Weg! Greift es uns an. Na du? Friss mich doch, friss mich doch. Ne, scheint irgendwie... Sieht nur gefrässig aus. So. Jetzt sind wir wieder in der Höhle. Das Wasser tropft von der Decke. Da ist schon wieder eine Falle. Da habe ich eigentlich keinen Bock, äh... Ah. Keinen Bock reinzulaufen, wollte ich gerade sagen. Ich dachte, dieser Knopf da in der Mitte ist irgendwie... Muss ich da? Moment. Ah ja. Okay. Relativ simpel. Höh! Warum? Warum? Was? Wie jetzt? Okay. Jetzt habe ich jetzt nicht so ganz hier rauf, muss ich sagen. Warum der jetzt da runtergekommen ist. Aha, da war es jetzt der Auslöseknopf. Hinterhältigst. Geh weg! Geh weg! Oh, ah, fail. Ja, okay. Dumm, dumm, dumm. Aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ich würde sagen, wir rechnen es jetzt mal an diesen Dorfbewohnern. Die erinnern mich gerade so ein bisschen an diesen Film. Wie heißt denn der? Ähm... Irgendwas mit Nicolas Cage? Ja, kommt her. Treff doch eh nicht. Noobs. Mit Nicolas Cage? Da ist ja so ein komischer Inspektor. Wir laufen da rein. Wir sind bescheuert. So. Wir haben Nicolas Cage auf so einer komischen Insel. Wo er irgendwie einen Mordfall oder seine verschwundene Tochter suchen muss. Oder irgendwie sowas. Ein verschwundenes Mädchen, glaube ich. Und ja, die stellen sich dann nachher alle als irgendwelche Sektenanhänger heraus. Und dann, ja, das Ende ist ziemlich heftig. Und ziemlich überraschend. Ich überlege nur gerade, wie dieser Film nochmal hieß. War auf jeden Fall sehr gut. Der kam mal später abends. Auf ZDF. Wenn auf ZDF gute Filme kommen oder auf ARD, dann ist es ja immer spät abends. Ich weiß auch nicht, also wenn da was Gutes kommt, ist es immer nachts um eins irgendwie. Außer vielleicht Tagesthemen oder so. Sonst schaue ich da ja nicht so viel. Ja, okay. Jetzt habe ich den Karren hier. Der bringt mir was. Okay. Den kriege ich weiter. Ah, ja. Ich muss diese Dinger beschweren. Oder mich langsam runterfahren lassen. Das sieht aber nach Wasser aus. Und wie geht der zweite hoch? Wenn wir mal kurz schauen, was da hinter dem Karren war. Ich glaube, ganz viel nichts. Und wenig etwas. Ah, Wicked Man heißt der Film, glaube ich. Wicked Man. Genau, Wicked Man dürfte es gewesen sein. Den kann ich euch nur empfehlen. Anschauen. Am besten sofort. Nachdem ihr dieses Let's Play zu Ende geschaut habt. Und das ist bestimmt ganz ungesund. So. Muss ja wahrscheinlich, muss ja jetzt schnell sein. Oder das Ding irgendwo festbinden. Fuck. Okay. Kann ich denn durch diese Zahnräte durch? Also da muss ich nicht außen rumlaufen. Das wäre natürlich noch einfacher dann. Dann würde es auch von der Zeit her reichen. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Aber es sieht so aus, als würde es mich umbringen. Ja, tut es. Hm. Für was diesen Karren? Ich kann den nur bis hierhin schieben. Die Frage ist, warum? Was bringt mir dieses scheiß Teil? Entweder ist hier hinten noch irgendwas, was ich nicht gefunden habe. Sieht aber nicht so aus. Oder der Karren ist irgendwie wichtig. Aber ich raff gerade nicht, wie... 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 Wie mir der was weiter... Also wie mir der weiterhelfen soll. Kann ich denn das Seil nehmen? Und den festbinden? Das ist ein bisschen absurd, aber... Nee, wie soll das funktionieren? Das ist ja völlig... Nee, 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 nee. So, der läuft ziemlich langsam runter. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Hm. Ah, muss ich den Karren... Nee, das geht ja auch nicht. Ich kann ja auch nur um und runter schieben. So. Geht's da oben weiter eigentlich? Nein, geht's nicht. Alles klar. Das reicht aber zeitlich. Reicht das hier? Never, glaube ich. Wobei vielleicht... Nee. Ich kann den Karren auch nicht drunter schieben, weil ich den nicht da nicht drüber kriege. Hm. Dieses scheiß Nupsi da unten, das... Äh. Das ist jetzt die Frage. Muss ich einfach nur schnell sein? Oder muss ich einfach, äh... Irgendwas tun, was mir gerade einfach nicht, äh, einfällt? Mal da rüber. Wir versuchen es einfach nochmal. Oh. Nicht so. Ah. Mit der Schnellsein-Taktik. Ich weiß eigentlich ganz klug, wenn ich den Karren nicht unten hinstellen würde, damit er nicht jedes Mal drüberklappt, dann muss man das auch nochmal wertvolle Zeit kostet. Ich bin auch so eine Nudel, hey. Jetzt mal den wieder versorgen. Vielleicht ist der einfach da, weil er... Weil er da schön ist. Einfach so, weil... Karren sind cool. Und darum steht der da. Vielleicht braucht man den gar nicht. So. Jetzt, äh... Jetzt zertzerzimmisch zügisch. Lauf, Bimbo, lauf. Nein! Verkackt. Hammer. Aber so kann das funktionieren, würde ich sagen. Und ich schwitze. Ekelhaft, sag ich euch. Wollt ihr bestimmt schon immer wissen, aber es ist einfach so. So, jetzt zählen. Lauf! Das reicht nie und nimmer. Lol. Okay. Ich muss das Ding festbinden. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Irgendwas ist mit diesem scheiß Karren noch. Mh. Menschenskinder. Also. Da geht's schon los hier, ne? Also, das ist ja wirklich... Ich kann das scheiß Ding auch nicht nehmen. Äh, ja. Oder kann ich doch? Nimm's! Ich bin der kleine Limbo. Ich nehm's nicht. Ich muss es nur angucken. Weil sie sich so schön bewegt. Fuck. Äh, ja. Ich bin, äh, bisschen befragt gerade, muss ich sagen. Diese scheiß Räder. Sehe ich da irgendwas nicht? Da oben? Da passe ich ihn nun mal nicht durch. Okay. Warum diesen Karren? Ich werde wahnsinnig. Da muss ich das obere Seil da festmachen. Irgendwie. Das geht ja auch. Wie soll ich das machen? Nee. Ah, doch. Ah, ja. Das erklärt so manches. So, jetzt darf ich's nicht verkacken. Alles klar. Jetzt hab ich ja deutlich mehr Zeit. Lauf! Boah. Jawoll. Puh. Das war, äh, eigentlich relativ simpel, wenn man mal draufkommt. Eine kleine Ratte. Was war das? Was zum Teufel? Geh weg! Was zum... Ich kann nicht mehr richtig steuern. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Irgendwie... Äh, war das nicht so gesund? Nein, ich will nicht in die andere Richtung laufen. Lass das, ich hasse das. Fahre ich da jetzt rein? Ja, und ich ertrinke. Hammer. Okay. Ich will nicht, dass der in meinen Kopf geht. Finde ich ganz uncool, muss ich sagen. Äh, ich bin ein Willen-Loter-Zombie. Ich muss zurücklaufen. Ja, jetzt, wenn er dieses Geräusch macht, ändert er automatisch die Richtung. Das heißt, ich kann da, äh, gar nicht mal so viel tun. Und er läuft automatisch nach vorne weiter. Und ich kann auch nicht lenken, so viel ich will. Er läuft ja eh. So. Na, wahrscheinlich war das hier der Sinn. Äh, auf diesen Zombiescheiß trinke ich erstmal hier ein Schluck Wasser. Ich hoffe einfach mal, dass uns die Viecher nicht fressen. Die da oben, äh, rum sabbern. Jetzt ist mal gut hier. Jetzt kannst du aber wieder in die andere Richtung laufen. Hallo? Ja, jetzt, äh, tun wir was? Nein! Das tun wir nicht! Oh mein Gott, du blödes Männchen, hey! Alter! Okay, das pisst mir jetzt gerade ein bisschen an, muss ich sagen. Vor allem, weil... aus dememadeющand jemandem zu dir, Und da ganz mit dir,